Hallo, ich bin Shimon, Brigitte ist auch hier. Hallo zusammen, guten Morgen. Skitsche, Abfahrt für einen spontanen Skifahrer auf der Piste, der noch etwas dazu lehren will. Probiert es mal aus, kommt, wir wollen euch etwas zeigen. Und dann, ja, lasst euch überraschen. Schaut es gut, Frau Shina? Ja, noch nicht ganz so, wie ich eigentlich bin. Ich habe den Unterschied gespürt, wir haben da etwas gemerkt. Gehen wir gleich auf den Link und dann können wir das Video anschauen. Ist es gut? So eine coole Aktion. Spontane Skilehrer mieten, wertvolle Tipps bekommen, inklusive Videoanalyse. Kopf. Mega lässige Sachen, es haben mega viel Freude gemacht. In der Gruppe oder alleine. Machen wir das mal, perfekte Skigebiete, schönes Wetter. Es ist super cool gesehen, mal einen Tipp bekommen und Brigitte hat das super gemacht. Ich finde es eine geile Sache. Schlaf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. �